Servus Leute, besten Dank fürs Einschalten bei unserem YouTube-Channel. Heute gibt es wieder frische neue Schuhe. Das Jahr ist noch relativ jung und es gibt tolle neue Modelle für euch. Heute geht es um New Balance. Wir sehen den New Balance Rebel in der dritten Variante. Den zwei haben wir uns schon mal vorgestellt. Wir haben den aktuellen Nachfolger am Start. Was wir mit dem Schuh erreichen können, ist auf jeden Fall sicherlich eine Lightweight-Ecke. Das heißt, wir haben hier einen Schuh, der eher minimal angelegt ist. Also super wenig Gewicht, sehr, sehr flexibel. Die ganze Länge der Sohle hört auf das, was eure Füße machen wollen. Also künstliche Stabilität ist hier sicherlich nicht am Start, sondern Freiheit für die Füße. Das Ganze sicherlich tempoorientiert. Das heißt, mit dem Schuh kann man unfassbar leichtfüßig nach vorne laufen, aber noch auf die entspannte Art und Weise. Das heißt, auch hier ist nichts mit Carbon, kein Snappy-Kick nach vorne. Der Schuh arbeitet in seiner Magie, im Wesentlichen durch dieses Fuse-Cell-Material von New Balance, was unfassbar viel Energy Return bietet. Ist komplett zu 100% in der Sohle verarbeitet. Gleichzeitig sehen wir schon, wenn wir so ein bisschen schauen, der Schuh im Vergleich zum Vorgänger ist etwas langlebiger geworden. Wir haben in den entscheidenden Zonen unterm Fuß ein bisschen mehr abriebsches Material bekommen. Der Schuh ist zumindest häufig, das wäre keine Bedingung, aber häufig der Fall, auch ein bisschen schneller zu laufen. Das heißt, laufstiltechnisch, mittel Vorfuß. Ihr seht ja auch hier, wo der Schuh seine Zonen hat. Und da ist er sicherlich auch sehr, sehr präzise für geeignet. Der Schuh arbeitet mit 6 mm Sprengung, 209 Gramm in der Herren Mustergröße. Und das streicht sicherlich, dass das Ding unfassbar leicht ist. In der Stackhide, Sprengung hatten wir ja schon angesprochen mit 6 mm, arbeitet der Schuh zwischen 31 mm und 25 mm vorne. Also auch hier unterstreicht der Schuh sicherlich eine gewisse Nähe zum Boden. Diese moderneren Schuhe, Carbon, Stackhide, da sind wir sicherlich weiter weg. Bis zu 4 oder teilweise 5 cm sind da schon drin. Und hier bleiben wir einfach nah am Boden, Sportwagen technisch etwas tiefer gelegt. Und wie gesagt, die ganze Performance des Schuhs entwickelt sich aus dem Dämpfungsmaterial. Was sich verändert hat im Vergleich zum Vorgänger, sind eigentlich nur kleine Details. Auf der einen Seite hat der Schuh 2 mm mehr Höhe bekommen. Also wir haben schon insgesamt ein bisschen mehr Dämpfungsvolumen. Der Schuh hat mehr Außensohlenmaterial bekommen. Beides macht den Schuh ein wenig schwerer. Es sind allerdings nur 4 Gramm mehr, obwohl wir 2 mm mehr Sohlenmaterial verbaut haben. Und das ist im Kontext sicherlich überhaupt nicht spürbar, dass man da auch nur 1 Gramm mehr mit sich schleppt. Ganz im Gegenteil, der Rebound-Effekt macht einem sicherlich spürbar, zumindest im Gefühl, dass der Schuh an Gewicht eigentlich verloren hat. Und das ist einfach diese Performance im Sohlenmaterial. Obenrum zeigt der Schuh sich auch sehr easy und unkompliziert. Auch hier ist keine feste Fersenkappe drin. Der Schuh glänzt durch Leichtigkeit, Luftigkeit im Obermaterial. Auch hier ist jedes Gramm, was nicht nötig ist, zu viel. Und das wollen wir natürlich hier entsprechend dem Modell auch in dieser Lightrate-Ecke lassen. So ein paar Keywords für das Modell sind sicherlich Leichtigkeit, Bounzigkeit und Flexibilität. Und das ist das, was den Schuh im Vergleich zu vielen anderen, die heute natürlich modern aufgebaut sind, sicherlich nochmal ein Alleinstellungsmerkmal gibt. Und vor allen Dingen wieder auch hier viel Lauffreude vermitteln will. Also bei modernen Schuhen reden wir ja nicht nur davon, dass die funktionieren und passen sollen, sondern dass einfach das Ding viel, viel Freude pro Schritt macht. Und das ist sicherlich ein Kandidat, der das sofort spürbar an die Füße bringt. Ob dieser Schuh auch für euch was ist? Ja, wir finden das furchtbar gerne mit euch gemeinsam raus. Dafür sind wir da. Das heißt, auch da, wenn da Fragen sind, wenn ihr euch fragt, ist das ein guter Schuh für euch? Vergleiche können da immer sinnvoll sein. Allein mit der Überschrift New Balance gibt es ja sicherlich Geschwistermodelle höher, tiefer, was man sich da anschauen kann. Aber den Rebel wollten wir euch heute erst mal vorstellen. Wie gesagt, in der V3 die neuste Entwicklung. Und ja, ich freue mich, wenn der Schuh euch heiß macht auf mehr. Genau das wollten wir damit erreichen. Von daher, bleibt fit beim Laufen. Wenn Fragen sind, macht da direkt Meldungen. Schreibt in die Kommentare. Kontaktiert uns hier in Dortmund. Genau dafür machen wir das für euch. So Leute, wenn euch das Video gefallen hat, dann einfach hier unten abonnieren, weil dann verpasst du das nächste Video nicht. Und welche Videos wir schon gedreht haben, siehst du hier oben. Und ich bin mir ganz sicher, die werden dir auch gefallen. Und wenn dir ein Schuh fehlt in unserer kleinen Playlist, dann schreibt das einfach mal unten in die Kommentare. Ich glaube, wir haben hier genug Schuhe.